wieder dabei beim nächsten bgp heute wieder star wars battlefront macht gerade echt ein bisschen spaß und wir wollen doch gleich mal gucken eigentlich fand ich ja wendepunkt ganz cool jawohl da treten wir gleich mal bei ist eine coole coole art coole coole art sag ich mal mit dem neuen dlc battle of jakku und das spiel macht einfach spaß ist so richtig so kurzweilig für zwischendurch genau richtig für die bgps und so lange mich in rocket league noch nicht wieder eingespielt habe wird auch erst mal battlefront rauskommen wir haben in der letzten folge diesen blaster noch freigespielt den werde ich jetzt mal testen und dann schauen wir mal was hier so geht und die händel nehmen wir mal zieht schuss mache ich nicht sprung pack und los geht ja geht schon los ja drei schuss da habe ich vorher zuerst erwischt mit seiner baster kanone los weg machen können er schlecht reagiert ja wendepunkt heißt wir müssen drei kontrollpunkte erobern dann verlagert sich das spielgeschehen ein bisschen nach hinten und dann müssen wir wieder drei kontrollpunkt übernehmen und irgendwann beendet sich das ganze dann auch weil man kann ja nicht ewig kontrollpunkt übernehmen gehen wir da aus dem schussfeld man kill assist laber doch nicht das war mein kill ganz klar wir sind dabei einen kontrollpunkt zu übernehmen wir sind dabei einen kontrollpunkt zu übernehmen noch gekriegt da ist er jawohl nicht mit blutsli nicht mit blutsli nicht mit brutsli gehört mir den habe ich irgendwie anders geklaut du warst meiner unsere leute haben einen kontrollpunkt besetzt tragen wir den kopf zum imperium so jetzt verschiebt sich die ganze map hinter also die imperialen versuchen halt die ganze zeit uns am vordringen zu hindern und wir müssen immer wieder weiter vorrücken und das ganze hat halt drei phasen und ich glaube dass es für die imperialen immer sehr sehr schwer ist weil ich sagen muss wäre dass wir auch nur begrenzt zeit haben also es ist ja das war jetzt auch nicht mehr schwer macht ihr mich ja eh schon lolle war der mal geht doch noch läuft und meine fluchtmöglichkeit gleich auch wieder er geht steil hier ja nicht geschafft er rastet hier gerade hart aus ist ja klar das habe ich so eine gute statistik und dann so ein scheiß ja verschwinde steck dich ruhig tu es ja wir nicht so wie es aussieht man 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 da war von scheiß droide ja komm oh da müssen wir hin ach komm jetzt kommt er schon wieder mit so einem ats tieran das ist langweilig oh wir können ja mal versuchen zu fliegen mal gucken die letzte das ist ja das ist ja Das war ja sehr geil Da habe ich mit dem Tempo-Boost gerechnet Oh Gott, war das schlecht Ja, ne Aber Das weiß ich, dass ich das jetzt noch lerne Und euch das jetzt erstmal nicht mehr antue Da haben wir gute Chancen So wie es aussieht Jawohl, der gehört uns Komm, komm, komm Da will ich noch drei haben dran Oh, da kommt der ATSC Ja, klasse Wir übernehmen einen Kontrollpunkt Ach, komm Hat er noch so viel HP, ey Das gibt's noch nicht Ah, könnte sein, dass die Imperialen das schaffen, ey So gut sieht's gar nicht aus für uns Ja, ja Kann ich auch, mein Freund Der Feind ist hier Wir besitzen einen Kontrollpunkt Haben wir'n geholt, haben wir'n geholt, haben wir'n geholt Bitte, haben wir'n geholt Och Gott, ihr Leute Stehen alle nur da Und keiner will'n rennen Da könnte ich schon wieder kotzen Ach, Gott Könnt grad ausrasten Könnt' ich grad Ja, das wird nix Würde ich sagen Verlieren wir das Ach, komm Verfickte Camper immer Ja, das Ding ist durch Würde ich sagen 3, 2 Und wir stehen immer noch hier rum Hier Jo, dann haben die gewonnen Und wir sagen Danke fürs Einschalten Zum zweiten BGP Und schalten wieder rein Wenn ich das nächste mach Vielleicht mit ner positiven KD Nicht so wie diesmal Und dann Sehen wir weiter Bis dann Vielen Dank fürs Einschalten Tschüssi